Ja, somit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Runde im Zunge verknotet, eine weitere Runde des Sims 4, so, mal schauen wir an, ja, wenn ihr diese Folge seht, ist Weihnachten schon etwas länger vorbei, Neujahr ist wahrscheinlich auch schon durch, ah, Glühämpchen hast du es dann, okay, ich versuche mal eine ganz normale Folge heute zu machen, mal schauen, ob es mitklappt, und normal wird es ja so, so lieb, aber im Moment schläft alles schön, was ist denn da in der Ecke rum, das Lichtschatten, alles klar, alles gut, sie ist immer noch einsam, aber wie gesagt, da habe ich mich nicht um sie kümmer, wird es auch wahrscheinlich ewig zu bleiben oder so, sollten wir es zwischendurch doch mal tun, keine Ahnung, die Küchengeräte hätte ich ja mal getauscht, aber wir haben noch nicht genug Inventar, aber gut, dann schneiden wir mal den Schlaf damit her, Oh, hat er ja da wieder, oder letztes Mal bitte den Inventar, ich kann mal reden, reden mit ihm, haben wir wohl allein mit uns auch reden, hm, oh, bitte mal, was er geht, ja, ja, Lass sie schlafen, hm, nein, Nein, ich will erst im Kopf, der Hunger, okay, Angst von Monstern, das hat man doch letztes Mal bekämpft gehabt, die Angst, oder nicht, hm, reden mit ihm, machen wir scheiß auf, oder? hm, Cool! Cheaper! So much dope! Ospa! Me! Schön! Mama! Oh no! No! Oh man! Oh no! Pussy! No! Oh! So geht's auch. Gut, dann erholt er sich zwar schlechter, aber wissen wir, wenn er gar nicht schlafen kann. So. So geht's. Jetzt den Toiletan in der Gesicht. Okay, wir weg. Okay, sind wir schon zur Schule? Ist rausgerannt, warum? Achso. Oh! Ich sehe jetzt den Toiletan! Tag! Ist doch noch laut! Hm. Ist er weg. was aber gleich zur schule wir machen zähne putzen also habe ich gemacht hausbau hat er gemacht zusatzaufkommen könnte er noch machen keine zeit mehr für eine muss ja gleich zur schule richtig das schon genau so warte mal ein bisschen das ist ein kleines maulzeit essen jetzt gibt es noch wieder Joghurt aber etwas ist der putzen hier das lassen wir sie mal im bote machen Lachen. Verstehend. Jetzt geht sie duschen. Ja, jetzt geht sie duschen, alles klar. Soll ich mal erst zur Schule? Ja, dann. Sie lernen keulen hier. Krankversorger. Oh, Krankversorger. Ein Test steht an und Timo ist sehr nervös. Sein Kopf ist total leer. Abschreiben von Nachbarn würde auch nichts helfen, da der selbst schlechte Noten hat. Was soll er tun? Die Krankheit vortäuschen oder einfach tief durchatmen? Tief durchatmen. Geht's. Das ist ja nichts. Hm, was ist das denn? Achso, die Verbindung von Stefan zur Welt wird in jeden Tag schwächer. Achso, okay. So, Timo, das ist ja mal eine gute Anladung, die man nicht klaut. Das klappt normal. Ich klappt einfach auf sie. Hab, tschüss. Und das hier. So, noch schweig. So, weg, weg, weg. Das ist ja wieder. So, das ist müde. Alles klar. Vorher muss auch Toilette. Einige Duschen. Was ist denn? Das war ja nicht, ne? Ich gucke auf dem Fallschirm, achso. Okay. Hm, ich gucke das mal. Oh, wie schnell war mir. Warte mal. Hast du geholfen? Anscheinend. Ähm, na, Tunger. Ja, hol sich selber was zu essen. Alles klar. Mal schauen. Und dann sollten wir essen, tut er jetzt. Schlafen soll er noch ein bisschen, aber vorher schafft er noch seine Hausaufgaben. Er hat genug Energie, um seine Hausaufgaben noch zu machen. Hausaufgaben. Brill... Brillieren. 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 Hausaufgabenbilder. Was das heißt? Keine Ahnung. Hausaufgaben machen. Gib Gas. Fertig. Okay. Weglegen. Oh, schuldig. Und dann geschlafen. Es ist müde. Arbeitsbett. Natürlich, wo geht's Bett? Und dann haben wir dann auch die heutige Folge auch durch. Ich hoffe, ich habe wirklich so 10 Minuten geschafft. Keine Ahnung. Ich habe jetzt gerade nicht so große Ideen, was ich jetzt gerade machen soll mit ihm. Deswegen gehen wir jetzt schlafen. Einfach das Beste. Oh, wie ein bisschen gelb. Wir können an der Küche was tun. Wir können an der Küche was tun. Wir können an der Küche was tun. Schauen wir mal. Da habe ich was tun. Dann können wir damit zusammen machen hier. Dann hauen wir den Herd mal weg. Ein bisschen aufwerkrauen. Dann können wir kommen. Und dann haben wir die Küche. Die Küche. Die Küche. Ja, dann ist es so. Die Küche ist ein bisschen gelb. Die Küche ist ein bisschen gelb. Die Küche ist ein bisschen gelb. das war anders gemein ich mal schauen erwarte lagerung genau das mit den hier wie es mit herd aus die kostet ja auch ein spanniger was sie leisten ist da los herd von einst sehr alt koch max wenn den koch max schicken weiß scheiße aber kaum von dem vorgänger doch doch dann schätze schon alles klar wenn man den koch max und dann nehmen wir einen schönen kühlschrank dazu wie gesagt das ist nur ein raum schon für heiße doof machen wir denn da gegen fanden ich mal ein bild da ich glaube der hat uns geklaut ich glaube die kleptomanin hat uns hier ein bild geklaut ich bin sicher aber ich habe das gefühl fehlt ach Mist passt mir in den kühlschrank nicht ach Mist 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 wie machen wir das denn machen wir das ich will den vernünftigen Küchen haben ich bin zurück vernünftigen Küchen und was wir jetzt noch ein Herd kriegen wahrscheinlich nichts mehr das ich bin weg ich bin weg nur noch und ich kann eine andere Farbe nehmen so ach so das gefällt mir nicht verzichten auf eins Richtung weg so dann ist mir noch nichts besser das frei das bringt nicht viel das denn Phoenix Phoenix Hmm Mano Mano Wir sind in einem Na gut, den fühle ich besser wieder vorgegangen, alles klar, dann gehen wir wieder auf. So. Eine Schrift. Super, ich auch. Komm, wir müssen jetzt mal ausschlafen lassen, sonst machen wir noch ein fertiges Schulprojekt. Mal noch mit euch und dann, dann, aber dann wende ich die Aufnahme. Und die ist fertig, ich glaube wieder gleich direkt schlafen. Oder? Ich bin wieder nicht geschlagen. Ja! Oh Gott! Ich will das mal. Nimm mal Zeit. Cracker. Jetzt noch ein bisschen Joghurt. Ja, er ist auch noch schnell. So. Wieder gute Bär da haben, ne? So, das soll aber hier sein... Wann war das denn platziert? Wann hat es denn platziert? Hab ich das nicht gesehen. Wann hat es denn getan? Wann hat er die Kiste hingetan? Ach da! So. Schlappig? Nein. Vorsichtig zu arbeiten. Auf geht's. Wann hat er natürlich fertig. Sehr gut, klar. Jetzt auf geht's. Was auch weiter? Heißt, kein Lust zu. Hat der eine richtige Lust zu haben scheint. Sogar kein Fortschrittspalten. Hm. es wird dass wir haben wieder eine festung oder ein süd altiges dorf ich habe es auch noch ein bisschen aber es ist es wie man sich das ich habe es auch einen 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 Fertig, wieso? Nun zur Schule, tschüss, okay, wo stellen wir das denn hin, das ist schon der zweite von, ne, das ist das selbe normal, oder, das ist das selbe Ding hier, das ist selbe, huch, nein, darf ich nicht hin, hä, was, verdammt scheiße, Tasten, Kacktasten erwischt, hm, nein, das ging nicht so, das Ding zwar immer, der Schmarrer verkauft mir das alte, dann haben wir weg, so, und das andere stellen wir dafür hin, ich zeige, so einfach ist das, dann geht's weiter, so, wieso, das geht nicht weiter, hm, was hier noch machen kann, ist hier, da, lalalalalala, was ist denn da los, da blüht da irgendwas grün, ist das hier, ne, ist das, was mir, wort, grün, hier gelaufen, keine Ahnung, so, ich kann das Ding, dann könnt sie noch einsehen, alles klar, okay, ja, dann habt euch wohl, und dann bis demnächst, und ich höre euch. Ciao!